Durch die Hand des Menschen leiden und sterben jedes Jahr Milliarden Tiere. Während in den Geisteswissenschaften ein lebhafter Diskurs über die Mensch-Tier-Beziehung besteht, man spricht auch von einem Animal-Turn der Geisteswissenschaften, findet in der Rechtswissenschaft kaum eine Auseinandersetzung mit dem menschlichen Umgang mit Tieren statt. Mein Name ist Julius Berrien und ich habe 2016 während meines Jurastudiums die Akademie Tierschutzrecht in Berlin gegründet, um der Tierblindheit der Rechtswissenschaft entgegenzuwirken. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Krise wird die Sommerakademie Tierschutzrecht 2021 als Online-Konferenz über Zoom stattfinden. Es haben sich wieder sehr hochkarätige Referenten zur Mitarbeit bereit erklärt. Die Sommerakademie Tierschutzrecht 2021 wird eine seltene Gelegenheit, Live-Vorträge mit weltweit führenden Experten aus den Bereichen Tierschutzrecht und Tierethik zu sehen und ihnen persönlich Fragen zu stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bitte hilf mit, dieses im deutschsprachigen Raum einzigartige Event stattfinden zu lassen und Momentum für die Verbesserung der Stellung des Tieres im Recht aufzubauen. Dafür danke ich Dir jetzt schon mal sehr herzlich.